Am späten Montagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.35 Uhr sind die Kameraden der Feuerwehr gleich zu mehreren Bränden gerufen worden. Innerhalb kürzester Zeit standen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Auf der Dürer Straße betraf dies einen Dacia Sandero sowie einen Renault Clio. Auf der nahen Holbeinstraße brannte ein Kleintransporter. Die Polizei berichtet, dass weitere Pkw auf der Seidnitzer Straße, Ecke Blochmannstraße, auf der Mary-Wickman-Straße und der St. Petersburger Straße gebrannt haben. Sofort stellte sich die Frage, wütete hier ein Feuerteufel? Die Feuerwehrleute löschten die Brände, es entstand offenbar Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Für die Löscharbeiten waren die betroffenen Straßen teilweise gesperrt. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu einer politisch motivierten Tat legen aktuell nicht vor. Die Polizei fragt, wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Fahrzeugbränden gemacht. Wer hat verdächtige Personen im Umfeld der Tatorte beobachtet. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen.